Hallo ihr fantastische Leute da draußen. Heute stelle ich mich einem kleinen Problem, was wahrscheinlich jeder von euch hat, der irgendwie lose Module sammelt. Denn wie präsentiere ich das in mein Regal? Wie bewahre ich die auf? Na, OVP ist klar, da packt man sie in den OVP, packt man eine Schutzfolge drum herum, aber so ein loses Modul, das sieht im Regal meistens nicht ganz so geil aus. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mich ja mittlerweile, wie ihr hier im Hintergrund sehen könnt, dazu entschlossen hier so 3D gedruckte Aufsteller zu benutzen. Da steckt man die Module im Prinzip drauf und da stehen sie dann da. Sind natürlich etwas ungeschützt. Ich mag die Cover sehr und nicht jeder hat natürlich Zugang zu einem 3D Drucker. Was es dann natürlich noch als Alternativen gibt, es gibt diese Game Cases. Da habt ihr aber natürlich immer so ein bisschen den Nachteil, okay ihr müsst euch erstmal ein Cover irgendwoher besorgen, dann gibt es natürlich verschiedene Seiten, dann gibt es die Cover aber auch nicht verfügbar, dann müsst ihr euch die ausdrucken. Da passen die Module ganz gut rein. Könnt ihr euch den so ins Regal stellen und gut ist. Es gibt jetzt aber auch noch eine dritte Lösung, die ich vielleicht so etwas als Luxuslösung irgendwie bezeichnen will. Und zwar die Jungs von Book4Games sind auf mich zugekommen, haben mich gefragt, ob ich vielleicht mal ein Video darüber machen will. Kurz vorweg zur vollen Klarheit. Ich habe das jetzt kostenlos zugeschickt bekommen. Ich habe allerdings keine irgendwelche Auflagen bekommen, dass ich jetzt unbedingt was Bestimmtes sagen muss. Ich darf hier meine freie Meinung teilen. Nur nicht, dass ihr euch wundert, dass ich hier Werbung eingeblendet habe. Wie gesagt, die sind auf mich zugekommen. Das ist ein kleines Team aus Frankreich. Die hatten eine Idee und das haben sie jetzt neu auf den Markt gebracht. Und ich dachte, ja klar, das sieht ganz interessant aus und wollte ich euch mal vorstellen. Und zwar sind das wirklich Bücher. Wie ihr seht, ist es ziemlich groß. Das ist so grob die Größe einer Vinyl LP. Habe ich zumindest von der Webseite gelesen. Ich habe jetzt keine großartigen Vergleichsmöglichkeiten. Die Dinger gibt es in zwei Varianten. Einmal im Premium und einmal in Normal. Die Premium Variante wollen sie mir eigentlich auch zuschicken. Allerdings hatten sie da wohl bei der Produktionsqualitätsprobleme, wo sie es etwas verzögert haben, bis nach hinten verschoben haben. Finde ich einen guten Zug, weil die Qualität muss nämlich hier stimmen. Die Dinger gibt es für die PAL und natürlich für die amerikanischen Module getrennt, weil die natürlich etwas andere Formate haben. Momentan gibt es sie nur als Super Nintendo Aufbewahrungsmöglichkeit. Es kommen aber auch noch weitere Systeme dazu. Ich habe auf der Seite gelesen Game & Watch und für die Game Boy Sachen soll es auch bald kommen. Vor allem für die Game Boy Sachen, da bin ich schon neugierig ehrlich gesagt. So weit zum Positiven kommen wir zum Knackpunkt. So ein Ding kostet 20 Dollar. Ihr könnt es bei Play Asia bestellen. Ich verlinke euch natürlich alles unten. Muss man natürlich wollen. 20 Dollar dachte ich mir, als ich das gelesen habe. Uff, wenn ich jetzt meine gesamte Sammlung da jetzt irgendwie umstellen sollte, das wird ganz schön teuer. Es passen hier vier Spiele rein. Ich habe das hier schon mal etwas vorbereitet. Und der Unterschied zu der Premium Version ist dann, wie gesagt, ich habe es leider nicht in der Hand gehabt, dass das hier dann auch noch mit Schaumstoff ausgelegt ist und alles etwas dicker und stabiler ist. Im Prinzip, die Verarbeitung an sich finde ich ganz gut. Wie gesagt, die Optik muss einem gefallen, muss einem nicht gefallen. Ich mag sie, weil sie sich sehr zurückhält und so ein bisschen dem Original-Design entspricht, würde ich sagen. Öffnen tut ihr es, indem ihr hier so eine kleine magnetisierte Klappe habt. Und da bin ich leider qualitätsmäßig hier etwas auf die Nase gefallen. Denn hier ist von der Produktion noch ein kleiner Klebefleck. Hättest du mich jetzt für 20 Dollar bestellt? Ich weiß es nicht. Er ist natürlich hier auch auf das Schaumstoff etwas zurückgefallen. Ja, ich gehe mal Dubio Proreo aus, dass ich jetzt einfach mal Pech hatte. Im Zweifel könnt ihr das natürlich dann umtauschen. Wobei, bei PlayAsia bestellt ist halt so eine Sache. Aber ich gehe mal davon aus, dass das jetzt eine Ausnahme ist und kein grundsätzliches Problem ist. Ansonsten bin ich mit der Qualität sehr zufrieden. Es ist eine sehr stabile Pappe und die Module hier passen wirklich sehr gut ein. Wenn ihr die hier reinschiebt, passen die sehr, sehr eng in diese Fächer rein. Das ist so ein bisschen mit Schaumstoff unterlegt, dass sie halt wirklich sehr viel Halt finden. Finde ich sehr gut, weil so habe ich das Gefühl, dass sie wirklich sehr gut da rein passen und auch wirklich auch geschützt sind. Vor allem natürlich mit Lichteinfall und so weiter. Das Entnehmen geht dann durch diese Aussparung sehr bequem und edel. Das ist im Prinzip diese Book4Games Lösung. Ich wollte die euch vorstellen und ich muss sagen, ich finde die ganz nett. Um meine gesamte Sammlung umzustellen, ja, Super Nintendo passen halt nur vier Stücke rein. Also im Regal sieht es natürlich wunderbar aus. Eins habe ich fast vergessen. Und zwar werdet ihr euch natürlich fragen, okay, das steht denn so im Regal. Wie soll ich denn jetzt wissen, was da drin ist? Nehmen wir mal vor, das ganze Regal ist damit voll. Wenn ich jetzt ein bestimmtes Spiel haben will, wie soll ich da rankommen? Daran haben die gedacht, bzw. ja, so halb. Und zwar, das ist mein Spickzettel hier hinten, sehe ich gerade. Und zwar haben die hier so einen Aufkleberbogen mitgeliefert. Da sind so die üblichen großen Spielstudios dabei und natürlich eine alphabetisierte Reihenfolge. Das heißt, ich werde hier zum Beispiel mir nur Nintendo-Spiele reinmachen. Dann mache ich hier hinten mir einen Nintendo-Aufkleber drauf und dann weiß ich, was da drin ist. Oder ihr macht es halt alphabetisch. Das könnt ihr natürlich auch gerne machen. Ist halt eine gute Lösung, so kosten-nutzenmäßig, um das hinzumachen. Das sind auch schön holographisch. Das heißt, sie machen so ein bisschen was her. Finde ich nicht verkehrt. Für vier Spiele natürlich 20 Dollar auszugeben, ist wirklich schon eine Premium-Lösung, sage ich mal. Dafür sind die natürlich da wirklich extrem gut geschützt da drin. Wie gesagt, für Super Nintendo, ich persönlich weiß es nicht. Ich bin neugierig auf das Gameboy-Buch. Wenn das wirklich dasselbe Format hat, wenn da wirklich so, keine Ahnung, 16 Gameboy-Spiele reinpassen, wäre das für mich schon fast eher interessant. Aber ich finde es einen schönen Ansatz. Vielleicht gefällt es euch ja. Würde mich natürlich eure Meinung mal dazu interessieren. Ab in die Kommentare damit. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag mit einer interessanten Vorstellung. Macht's gut. Tschööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö